Die DHV News vom 28. Juni 2024. Stecklinge mit Erde verboten. Bußgeldkatalog. Hessen so repressiv wie Bayern. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirksgroßhop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Zum letzten Mal erzähle ich euch hier was, wie doll wir beschäftigt sind mit der Vorbereitung der Cannabis-Normalkonferenz. Wenn dieses Video online geht, dann sind wir kurz vor der Eröffnungs-Session meiner Politiker-Runde, die ich seit Jahren regelmäßig mache. Freitagabend 20 Uhr geht's los. Und unter anderem sind wir immer noch auch dabei gewesen, weitere Referenten und Speaker reinzuholen. Zum Beispiel beim Thema Säule 2. Und wie geht's weiter nach der Teil-Endkriminalisierung und so weiter? Da konnten wir noch verpflichten Adele und Lisa. Lisa Haag, Adele Hollmann, glaube ich. Und Adele kenne ich eher nur für Vornamen, weil die auch von YouTube bekannt ist. Einige von euch haben die vielleicht auch schon mal gesehen. Hier auf der Cannabis-Normalkonferenz ist sie dabei, um das Modellprojekt der Sanity Group in der Schweiz vorzustellen. Das sind ja die einzigen, die im Prinzip jetzt nicht Abgabe in Apotheken machen zum Beispiel, sondern wirklich in einer Art Fachgeschäft und da schon sehr nah dran sind an dem, wie wir uns letztendlich Legalisierungen vorstellen. Und eben an dem, wie vielleicht, wenn überhaupt noch was passiert in Säule 2, das auch in Deutschland sein könnte. Insofern interessante Geschichte auch da nochmal. Und vielleicht auch nochmal als Beruhigung für euch, ja, wieso ich euch jetzt hier 10.000 Leuten die ganze Zeit irgendwas von der Vorbereitung der Cannabis-Normalkonferenz erzähle, auch wenn am Ende nur 200, 300 Hanseln da sind vor Ort, ja, die eben ein besonderer Privileg haben, sich das live reinziehen zu können. Wir werden nach und nach auch die Sessions veröffentlichen. Wir wollen die alle, Filme mitschneiden und so weiter. Also, dass ihr zumindest das Toastpflaster habt, dass ihr die Inhalte und die Diskussionen weitgehend nach und nach mitbekommen werdet. Auch wenn es natürlich was anderes ist, vor Ort mit dabei zu sein, selbst mitzureden, mit Netzwerken, Leute kennenzulernen und mit uns zu feiern. Ja, das lässt sich nicht 100 Prozent ersetzen. Aber immerhin, die Videos werden dann zumindest doch einige, viele Tausende von euch wahrscheinlich am Ende sehen und sich angucken, was wir da alles besprochen haben auf der Cannabis-Normalkonferenz. Insofern hoffe ich, dass ihr auch damit klarkommt, dass ich hier relativ viel erzählt habe in letzter Zeit über die Organisation dieser Konferenz. Ist halt für uns jedes Mal ein Riesending. Ja, und wenn ihr es gut findet, dass wir es alles veröffentlichen, auch für Leute, die es nicht bezahlt haben und keine Tickets gekauft haben und so weiter, dann unterstützt uns doch als Fördermitglied beim Handverband. Jedenfalls muss ich auch diesmal die Vorbereitung kurz halten für die News und nehme nur ein paar wichtige, wesentliche Punkte aus dem Nachrichtenstrom raus, die ich euch jetzt hier erzähle. Und der erste Punkt davon ist Ortsgruppenfunk, der ja sonst immer am Ende der Sendung kommt, den viele vielleicht schon abschalten, gar nicht mehr sich angucken. Diesmal kommt es aber gleich an den Anfang und ist sogar unser Titelthema. Es geht um eine Verschenkaktion der Ortsgruppe in Halle für Samen und Stecklinge. Und bei der Anmeldung dieser Aktion hat die Staatsanwaltschaft in Halle darauf hingewiesen, dass sie das als illegal betrachtet, wenn Stecklinge in Erde sind, wenn die in Erde abgegeben werden. Die Wurzeln eben nicht irgendwie, was weiß ich, nur in der Luft hängen, sondern in Erde sind, dass das dann keine Stecklinge mehr sind, sondern Setzlinge. Und dann fragt man sich, wo das plötzlich herkommt. Einerseits taucht es fort, Setzlinge im Cannabis-Gesetz überhaupt nicht auf. Da steht einfach nur Vermehrungsmaterial, also Stecklinge und Samen sind halt kein Cannabis und sind somit auch nicht verboten. Und das schien eigentlich soweit durch zu sein, als herrschende juristische Meinung hat momentan gedauert, bis überall geklingelt hat sozusagen, dass es zwar nicht explizit da steht, dass das legal ist, aber eben auch nicht verboten ist und damit eben legal. Und selbst die Bayerische Staatsregierung hat das ja zuletzt eigentlich auch zugegeben und gefressen, indem sie halt davor gewarnt haben, dass da eine Gesetzeslücke wäre und dass jetzt Baumärkte demnächst irgendwie Stecklinge verkaufen könnten. Insofern schien das eigentlich erledigt zu sein, das Thema. Also wo kommt es auf einmal her? Das kommt aus einer Formulierung in der Begründung des Kabinettsentwurfs. Diese Gesetzesbegründung, die immer schon mal Thema war, wo ich mich letztens ja auch darauf berufen habe und dann Widerspruch vom BMG bekommen habe, als es um die Kleingartenanlagen ging, die auch nur in dieser Begründung erwähnt werden, aber nicht im Gesetz selbst. Jetzt kommt es mal andersrum sozusagen, dass die ganzen Gegner der Liberalisierung jetzt mit dieser Begründung argumentieren. Da heißt es nämlich, unter Stecklinge fallen sowohl Jungpflanzen als auch Sprossenteile, Klone. Sie werden mit dem Einpflanzen zum Setzling. Das steht in der Begründung des Kabinettsentwurfs des Cannabis-Gesetzes. Ja, wie gesagt, im Gesetz selber, das verabschiedete und im Bundesgesetzberat veröffentlichte, steht nichts davon. Aber in dieser Begründung, dass eben Stecklinge keine mehr sind, sondern Setzlinge, wenn man die einpflanzt. Womit dann eben normalerweise das Setzen in Erde gemeint ist. Und zwar geht das wahrscheinlich zurück auf einen BTM-Kommentator, nämlich einen wichtigen Jörn Patzak. Der hat die auf dieses Thema aufmerksam gemacht und der ist deswegen wichtig, weil er den sogenannten Körner-Kommentar zum BTMG geabt hat quasi. Er ist der Nachfolger vom Frankfurter Oberstaatsanwalt Körner, der als relativ liberal galt. Und der Körner-Kommentar war, jedenfalls in früheren Zeiten, der BTMG-Kommentar, wenn man irgendwas wissen wollte, irgendwas interpretieren wollte und wissen wollte, wie Gerichte über bestimmte Fragen urteilen, hat man in den Körner-Kommentar geguckt. Und sein Nachfolger, Jörn Patzak, der war damals auch Staatsanwalt in Frankfurt, aber anders als Körner ist er halt nicht liberal, sondern eher sehr konservativ und eher Gegner der Liberalisierung. Und ich bin Patzak auch mehrfach begegnet auf Anhörungen im Bundestag zum Beispiel, wo er eben einer der Sachverständigen war, einer der repressivsten Sachverständigen, die gerufen worden sind, um gegen liberalere Cannabis-Politik sozusagen Darstellungen zu beziehen. Mittlerweile ist Patzak Leiter des Gefängnisses in Wittlich, also so ein Knastdirektor quasi, aber immer noch eben jener BTMG-Kommentator, der viele Leser findet. Und der schreibt eben in einem Update seines Kommentars, Stecklinge werden mit dem Einpflanzen zum Setzling und unterfallen dann dem Cannabis-Begriff. Das ist § 1 Nr. 8 Cannabis-Gesetz. Stecklinge unterscheiden sich also von Cannabis-Pflanzen dadurch, dass sie noch nicht eingepflanzt sind. Also hier ist gar nicht von Erde die Rede eigentlich, sondern von Einpflanzen. Was dann die Staatsanwaltschaft Halle zum Beispiel sagt, Einpflanzen heißt in Erde tun. Unsere Ausgruppe in Halle hat trotzdem mit großem Erfolg Stecklinge und Samen verschenkt. Die haben allerdings die Stecklinge eben nicht in Erde verschenkt, sondern einzeln und noch einen Sack Erde dazugelegt sozusagen, wo die Leute sich selber dann die Stecklinge einpflanzen konnten. Was ja wiederum unbeschritten legal ist, dass also Konsumenten für einen Eigenanbau zu Hause selber einpflanzen dürfen. Ja, das ist also kein Problem. Hat die Polizei auch nicht eingegriffen, obwohl die ja vorher gebrieft waren und auch in größerer Zahl am Anfang der Aktion da waren, uns das anzugucken. Aber ohne Erde war scheinbar jetzt kein Problem. Auf Dauer und mit einem normalen Handel ist das natürlich nicht praktikabel, dass man jetzt Stecklinge irgendwie verkauft, die nicht in Erde sind. Ja, das ist Blödsinn, das ist auch nicht üblich, sag ich mal, wenn man irgendwo Stecklinge kauft für irgendwas, für andere Gemüse oder sonst wie Pflanzen bei Obi oder so. Ja, die gehen ja alle kaputt, wenn man die eben nicht vernünftig in Erde hat sozusagen. Von daher wird es so nicht funktionieren. Und es ist eine wichtige Frage, wie es an der Stelle weitergeht. Die Stecklingsfrage wird jetzt möglicherweise doch von höheren Gerichten letztendlich entschieden werden, wann was, wo wie ein Steckling legal ist und wann nicht mehr. Ja, ansonsten war da vorher auch schon ein bisschen Diskussion darum, ob jetzt wirklich allein die Frage, ob die Pflanze schon blüht, Anhaltspunkt dafür ist, ob es jetzt nun dann quasi zum Cannabis wird und dann nur noch eben im privaten Eigenanbau erlaubt ist, aber nicht mehr im Verkauf oder zu verschenken und so weiter. Oder auf so andere Kriterien gibt es, wie zum Beispiel die Wuchsgröße. Ja, also wann eine Jungpflanze zur Altpflanze wird oder so. Ja, wie alt die Pflanze ist, wie groß die Pflanze ist, ob das noch eine Rolle spielt. Oder ob es nur um die Blüte geht. Aber bisher war eben eigentlich klar, kleine Stecklinge sind auf jeden Fall legal. Und jetzt würde es am Ende doch vielleicht nochmal Gerichte beschäftigen, ob eventuell auch das Einpflanzende Erde schon da ein Kriterium ist oder nicht. Pazak wird auf jeden Fall angezweifelt von vielen Experten, darunter eben unser Rechtsanwalt Grupp Winkler, unser Lieblings Grupp Winkler, der auf Twitter dazu auch schon widersprochen hat oder jedenfalls auch nach Meinung gefragt hat. Und seiner Meinung nach eben, er meint, dass Pazak da falsch liegt und dass das eben überhaupt nicht praktikabel ist und auch sonst üblicherweise nicht so ist, dass eben Vermehrungsmaterial für einen Eigenanbau zu Hause nicht in Erde vergeben wird. Ja, also da ist einfach, die Praxis spricht gegen Pazaks Interpretation. Unsere Ausgruppe in Halle will jedenfalls weitermachen mit ihren Verschenkaktionen und auch Samen wurden da vor Ort wohl viele verkauft und viel nachgefragt, verschenkt und nachgefragt. So, nächstes Thema. Jetzt können wir noch ein paar Sachen, die kürzer ausfallen. Und zwar einmal gab es viele Länder, die jetzt endlich ihre zuständigen Behörden für die Anbauvereine bestimmt haben. Das hat ja jetzt ewig gedauert. Zum 1.7. nächste Woche treten die Regelungen für die Anbauvereine in Kraft. Ab 1.7. dürfen die Vereine Anträge stellen, bei den Bundesländern auf Betriebsgenehmigung eines Anbauvereins. Und ja, bis jetzt waren halt die Stellen überhaupt nicht benannt, wo diese Anträge überhaupt hingeschickt werden können. Geschweige denn, dass da überhaupt irgendwer schon da sitzt und zuständig ist. Das hat jetzt aber im Prinzip Nachrichten gehagelt geradezu. Und da gibt es jetzt eine schöne Aufstellung vom CAD, Cannabis-Anbauvereinigung in Deutschland, der das mal alles online zusammengefasst hat. Und man sieht eben, es gibt nur noch drei Bundesländer, die noch keine solche Behörde bestimmt haben. Darunter Berlin. Ja, ziemlich fehl, ziemlich peinlich. Berlin hat noch überhaupt keinen Plan, wie die Stadt das machen will mit diesen Anträgen. Wird Zeit eben, ne? Der coolen, liberalen Hauptstadt, hat die auch mal zu Potte kommen, wenn es um Cannabis geht. Noch mal ein paar Beispiele dafür, wie unterschiedlich das Ganze gehandhabt wird. Sachsen-Anhalt, die haben das Thema beim Verbraucherschutz angesiedelt unter der Fachaufsicht des Gesundheitsministeriums. Das hatten wir zuerst aus Bremen gehört. Die Idee, finde ich ziemlich naheliegend, erst mal Verbraucherschutz damit zu beauftragen. Neu ist zum Beispiel jetzt das Zuständigmachen von Regierungsbezirken. Das sehen wir in großen Flächenländern jetzt wie NRW und Baden-Württemberg. Und auch interessant in dem Zusammenhang, ja, ich habe eben gesagt, da sitzen noch gar keine Leute, die zuständig sind. Das ist natürlich immer noch an vielen Stellen so, auch wenn die zuständige Behörde bestimmt ist, weil die ja jetzt erst mal überhaupt Personal suchen. Und da gibt es eben auch Stellenausschreibungen, ja, vielleicht auch für manche interessant hier. Zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz verlinke ich zwei Stellenausschreibungen in der Videobeschreibung. Die suchen einmal einen Gärtner, auch interessant, also wahrscheinlich, um eben vernünftig einschätzen zu können, ob sie anständig Gärtnern da in den Clubs und da eben mal Leute zur Kontrolle hinschicken können. Und eine Stabsstellenleitung Cannabis wird ausgeschrieben, wo man sicherlich kein Gärtner für sein muss. Also auch Entkriminalisierung schafft Arbeitsplätze und interessante Arbeitsplätze. Zeigt aber auch, ja, die Leute müssen sich erst mal reinfuchsen jetzt. Die werden nicht irgendwie am 1.7. über Anträge entscheiden, entscheiden wahrscheinlich, sondern sich erst mal ein Bild machen. Und ein paar von denen sind ja auch auf der Cannabis-Normalkonferenz. Und wir sind gespannt, mit denen mal zu plaudern und zu gucken, wie die sich so fühlen in ihrem neuen Job, ob die schon irgendwie einen Plan haben, was sie jetzt da machen sollen und wo deren eigenen Unsicherheiten vielleicht auch noch so sind. Dann noch eine Nachricht. Hessen ist das nächste Bundesland, das einen Bußgeldkatalog veröffentlicht hat für bestimmte Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz. Und Hessen hat sich leider an den repressiven Einstellungen von Bayern orientiert. Und auch in Hessen ist es jetzt so, dass man für den Konsum von Cannabis in der Nähe von Kindern 1.000 Euro Bußgeld bezahlt und 500 Euro für den Konsum in Sichtweite von Schulen. Also auch, wenn ich nachts um halb drei in Sichtweite einer Jugendeinrichtung oder eines Spielplatzes konsumiere auf der Straße oder weit und breit kein Kind und kein Jugendlicher ist, kostet das 500 Euro Strafe. Also ziemlich heftig. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, irgendwie so eine Bußgeldhöhe für Leute, die in der Nähe von Kindern Bier oder Zigaretten konsumieren oder nachts alleine auf der Straße, weil da irgendwo ein Gebäude in der Nähe ist, was man zufällig in Sichtweite hat. Das ist Irrsinn. 500 Euro allein dafür. Von Bayern war nichts anderes zu erwarten, jedenfalls von der Bayerischen Staatsregierung, nicht von der CSU. Aber für Hessen kann man nur sagen, pfui, ja, das ist Mist. Und dann sind wir beim Ortsgruppenfunk. Halle nochmal kurz erwähnt. Ja, Halle war ja der Aufmacher diese Woche sozusagen. Das ist natürlich auch Ortsgruppenfunk. Und Rhein-Neckar, die Ortsgruppe, hat einen Infostand gemacht in Mannheim und hat da auch einen Steckling dabei gehabt, eine Jungpflanze, die nicht blüht und die auch weiterhin mitgebracht werden soll, von der Blüte abgehalten werden soll, damit sie eben noch weiter legal mitgenommen werden kann. Also offensichtlich entspanntere Polizei an der Stelle. Wobei die ja eben die Pflanzen auch nicht verschenken. Das ist ja im Prinzip der wesentliche Unterschied, sondern nur dabei haben. Und insofern, dass dann auch nicht so heiß gekocht wird, heiß gegessen wird, wie auch immer. Auf jeden Fall soweit kein Problem mit der Polizei, mit der Pflanze am Stand der Ortsgruppe in Mannheim. Und dann wird noch berichtet, was so diskutiert wird mit den Leuten, vielleicht auch mal ganz interessant. Zum Beispiel, warum überhaupt noch die Leute da sind, bei der Ortsgruppe, die da auf der Straße stehen, sich die Mühe machen, ehrenamtlichen Infostand zur Cannabispolitik zu betreiben. Und die Antwort ist der Verweis auf einen Verkauf an Erwachsene in Fachgeschäften. Und das ja gilt auch für uns genauso. Ja, ich kriege die Frage auch andauernd, auch von Medien jetzt zum Teil, ob wir zufrieden sind, ob nicht jetzt alles gut ist, irgendwie mit dem neuen Gesetz. Und natürlich, wie dann sagen, ja, nicht nur für die Konsumenten, für mich, ja, ich will noch ein anständiges Fachgeschäft haben mit vernünftiger Beratung, anständiger Auswahl und so weiter, sondern auch für die ganze Gesellschaft, weil es ja darum geht, den Schwarzmarkt zu verdrängen und da eben auch kriminelle Strukturen aus dem Business rauszukriegen. Das ist natürlich nach wie vor ein wichtiger Grund, uns zu engagieren und Mitglied beim Handverband zu werden. Und dann noch eine Rückfrage, die da kommt am Infostand. Wo bekomme ich das Cannabis her jetzt? Ja, und die Frage, bei welchem Anbauverein soll ich mich jetzt anmelden? Und da verweist die Ortsgruppe Rhein-Neckar darauf, dass sie auf ihrer Webseite ein paar Anbauvereine nennen, wo sie die Betreiber persönlich kennen und die dann insofern empfehlenswert sind. Wobei ja auch die natürlich dann noch erst mal weit entfernt sind von einer Betriebsgenehmigung. Aber immerhin, das sagt die Ortsgruppe ja, dass sie da vor Ort in Kontakt sind mit Leuten und insofern die zumindest mal erwähnen und nennen können auf ihrer Homepage. Ja, wir werden auf der Cannabis-Normal-Konferenz insbesondere uns befassen mit bundesweiten Ketten von Anbauvereinen, die ja auch für jeden grundsätzlich, jetzt in jeder größeren Stadt im Angebot sind, wo man sich schon mal jetzt anmelden kann, teilweise auch schon Beiträge bezahlen soll. Und eine dieser Ketten ist Mariana CSCs und der Chef von Mariana stellt sich den kritischen Fragen unseres geballten Sachverstands vor Ort auf der Cannabis-Normal-Konferenz. Auch diese Session werden wir veröffentlichen. Könnt ihr gespannt drauf sein, wie sich der Chef von Mariana CSCs da schlägt. Kommen wir zu den Terminen und der erste ist natürlich die Cannabis-Normal-Konferenz, die heute anfängt jetzt nach Veröffentlichung des Videos, dieses Wochenende, 28. bis 30.06. in Berlin. Und in Freiburg haben wir Infostand der Ortsgruppe am 29.06. Bamberg-Infostand der Ortsgruppe ebenfalls 29.06. Beim Dr. Ruth Open Air steht hier noch. Ein Heidelberg-Teamsitzung, Ortsgruppe 1.07. Dortmund-Treffen der Ortsgruppe 2.07. in Berlin. Das Hanf ist frei. Wirklich? Wie geht es weiter mit der Teillegalisierung? 2.07. ebenfalls Berlin. Ich glaube, das ist eine Veranstaltung der Linken in Berlin. Dann haben wir den Brain Talk Queere Neurodiversität und Medizinisches Cannabis. Ja, auch Berlin. Klingt auch nach Berlin. Ähm, ja. Dann haben wir München-Online-Treffen der DHV-Ortsgruppe am 11.07. und das war's für heute. Freut euch auf die Videos von der Cannabis-Normal-Konferenz, die nach und nach hier im Kanal kommen werden. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt mal die Glocke, abonniert den Kanal, damit ihr das mitbekommt und nicht noch länger warten müsst auf die Sessions und um euch hier anzusehen, liked das Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein großer Markt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.